Moin, FlexDoc hier. Ich werde oft gefragt, was denn nun nach der ganzen Testerei mein Main Equipment ist. Nun, schwere Frage, ich versuche sie nach dem Intro zu beantworten. Fangen wir mal ganz stumpf mit dem einfachsten an. Seit letztem Jahr kann ich die Frage nach dem Main Keyboard wie aus der Pistole geschossen beantworten. Es gibt einfach nichts, was zumindest beim Gaming der Voting 60 HE das Wasser reichen könnte. Nicht einmal annähernd. Das Keyboard Game ist sozusagen Over. Voting hat gewonnen. Wenn nicht irgendein Hersteller ebenfalls mit der Rapid Trigger Technik um die Ecke kommt oder etwas Vergleichbarem, dann ist das Spiel dauerhaft entschieden. Zumindest für schnelle Games und insbesondere Shooter bietet diese Technik so gravierende schon fast unfaire Vorteile, dass es einfach keine Diskussion mehr geben kann, welches die beste Gaming Tastatur ist. Kurz zur Erklärung was Rapid Trigger ist. Bei einer normalen Tastatur hat man zum Beispiel einen Tastenhub von 3,6 mm, also die Strecke bis die Taste ganz durchgedrückt wird. Der Auslöseweg, also die Strecke, die die Taste hinein gedrückt werden muss, um einen Klick auszulösen, ist dann zum Beispiel 1,2 oder 1,5 mm bei Gaming Tastaturen mit geringem Auslöseweg. Bei diesen muss man nun aber, wenn man die Taste ganz rein gedrückt hat, für eine neue Tastenauslösung die Taste wieder komplett loslassen oder zumindest wieder bis über den Auslösepunkt von 1,2 oder 1,5 mm. Bei Rapid Trigger sorgt alleine der Wechsel der Richtung der Tastenbewegung für ein Release der Taste oder einem erneuten Klick. Man kann variabel einstellen, bei welcher Drucktiefe der erste Klick ausgelöst werden soll, also meinetwegen auch wieder 1,2 mm, aber wie gesagt, man ist hier variabel von 0,1 mm für sehr empfindlich bis 3,6 mm für ganz rein drücken. Sobald man aber zum Beispiel unter der Auslösetiefe von 1,2 mm ist, greift Rapid Trigger und man kann schon bei nur 0,1 mm wieder hochlassen den Klick Release haben und bei wieder rein drücken um 0,1 mm den erneuten Klick. Auch diese Rapid Trigger Distanz kann variabel eingestellt werden. Dies hat besonders beim Counter-Straping in zum Beispiel CSGO oder PUBG beim Wiggling also das schnelle Hin- und Herneigen des Oberkörpers gravierende Vorteile, da es viel viel schneller geht. Ein Wechsel von der Routing 60 HE wieder zurück zu einem normalen Gaming Keyboard fühlt sich dann so extrem langsam an, dass man sofort wieder zurück wechselt. Nicht verwechseln darf man diese Technik mit zum Beispiel der ebenfalls anpassbaren Auslösetiefe der Tasten einer SteelSeries Apex Pro beispielsweise. Hier kann man nur die Auslösetiefe, also die Empfindlichkeit der Taste einstellen. Man muss also in jedem Fall für den nächsten Klick die Taste komplett bis über diesen Punkt wieder loslassen, bei der Wouting nicht. Das ist der entscheidende Unterschied. Jedenfalls ist die Sache eindeutig. Die Wouting 60 HE ist eindeutig meine Main-Tastatur. Einziger Nachteil ist die zur Zeit noch recht schwierige Verfügbarkeit und daher lange Lieferzeit. Als zweitbeste Tastatur würde ich die SteelSeries Apex Pro Mini benennen, aber wie gesagt mit einem riesen Abstand zur Nummer 1. Nun die Kopfhörer. Dies ist ebenfalls noch recht einfach zu beantworten. Ich bin weit davon entfernt ein Audio-Autist. Ähm, ne, ein Audio-Feeler zu sein. Genau. Ich höre also ganz normal durch die Löffel wie jeder andere auch und ich höre nichts was andere nicht auch hören. Nein! Doch! Oh! Trotzdem höre ich natürlich deutliche Unterschiede zwischen den Kopfhörern, auch wenn es nicht so detailliert ist, wie bei einem Audiophilen und ich es vor allen Dingen nicht so benennen kann. Ich höre also nur Töne, ich höre keine Farben oder so. Grundlegend sind aber die offensichtlichsten, das Wort passt jetzt hier nicht so wirklich, machen wir Neues. Die offen, höhrlichsten Unterschiede bei Kopfhörern sind die unterschiedlichen Lautstärken bei Höhen, Mitten und Tiefen. Hier gibt es deutliche Unterschiede bei Kopfhörern, wie zum Beispiel ein Sennheiser Game Zero, bei dem sich alles anhört, als würde jemand mit einem Löffel auf einen Metalltopf schlagen. Was aber natürlich bedeutet, dass die Höhen sehr dominierend sind und man in-game zum Beispiel Schritte sehr gut wahrnehmen kann. Musik hören kann man mit sowas dann aber komplett vergessen. Dann gibt es Kopfhörer, die donnern einem die Besse nur so um die Ohren und man meint, wenn in-game rund um einen Raketen und Granaten explodieren, dass man mittendrin ist und nicht nur dabei. Hier ist dann das Directional Audio, also woher kommen die Schüsse oder die Schritte schwieriger zu identifizieren. Für Musik dann, je nach Vorliebe oder Genre, besser geeignet, aber für wettkampforientiertes Geballer eher nicht zu empfehlen. Was viele nicht wissen ist aber, dass diese Gewichtung von Höhen, Mitten und Tiefen nicht in Stein gemeißelt ist, sondern über einen Equalizer entweder über die Treibersoftware des Kopfhörerherstellers oder über Drittsoftware einfach einstellbar ist. Man stellt die Frequenzbereiche, in denen sich die Höhen befinden einfach lauter im Vergleich zu den Mitten und Tiefen. So kriegt man das topschlagende Schepper dann auch bei einem basslastigen Kopfhörer hin. Soweit keine Raketenwissenschaft und einfach machbar. Siehe hierzu auch unser Video zur Gegnerortung in Ego-Shootern. Link findet ihr auch in der Beschreibung. Nicht endbar ist dann aber die Detailtiefe zwischen den einzelnen Kopfhörern. Also nicht, wie ist das Verhältnis von Mitten, Höhen und Tiefen, sondern was kann man überhaupt hören und was nicht. Hier wurde uns vor kurzem erstmal wieder, muss ich sagen. Vor Ohren geführt, wie groß die Unterschiede doch sind. Einige Abonnenten haben gesagt, dass in unseren Videos teilweise Hintergrundgeräusche oder Hall oder irgendwas zu hören ist, was nicht dahin gehört. Ich habe es nicht nachvollziehen können und konnte den Fehler nicht finden. Ganz glauben konnte ich es auch nicht, da es angeblich mal auftrat, beim nächsten Video aber auch wieder nicht, obwohl die Mixer- und OBS-Einstellungen meines Mikros nicht verändert wurden. Dann habe ich an unserem Videoschnitt-PC irgendwann den Sennheiser H6 Pro Kopfhörer entfernt, weil mir das viel zu kurze Kabel schwer auf die Nerven gegangen ist und ein Biodynamic DT770 angeschlossen, was hier rumflog. Wenn ihr meint, dass Kopfhörer nicht fliegen können, doch können sie. Auf einmal hörte ich jedenfalls genau die beschriebenen Hintergrundgeräusche, die teilweise auftreten sollten, ebenfalls und fand heraus, dass das Mikrofon das Staubgesauge der Reinigungsfirma hier in unserem Büros aufnahm, obwohl kein Ausschlag in der Software zu sehen war. Das hatte ich nämlich wohlweislich überprüft. Wenn sich der, die das Noisegate öffnet und schließt bei Aktivierung durch Stimme, schlug immer wieder der Staubsauger hinein. Verdammte Wurst. Auch so ein ab und an anspringender Lüfter eines unseres Aufnahme-PCs, wo der Lüfter schön verstaubt ist, ist natürlich eine Sache, die dann aufgenommen wird oder mal nicht. Das war dann aber nur mit einem hochwertigen Studiokopfhörer wahrzunehmen. Zumindest für mich. Die Abonnenten, die den Ton bemängelten, haben dann entweder auch mit einem hochwertigen Kopfhörer unsere Videos gehört oder sind in der Tat audiophil und hören detaillierter als andere. Wie auch immer, die Strategie, mich in unseren Voice-Over-Raum zurückzuziehen und die Audioaufnahmen zu machen, um der Reinigungskraft nicht im Weg rumzusitzen, muss ich über Wort werfen. Was ich damit sagen möchte, ist folgendes. In Grenzbereichen kann man selbst als Nicht-Audiophiler je nach Kopfhörer detaillierter wahrnehmen und Sachen hören, die man sonst nicht hört. Mein Main-Headphone ist daher das Sennheiser HS800S. Nachteil an diesem Ding ist allerdings der Preis. 1500 Euro für ein Headset auf dem Kopf eines Nicht-Audiophilen ist eigentlich totale Verschwendung. Fakt ist aber, dass ich z.B. in Call of Duty Warzone Hintergrundgeräusche in der Welt wahrnehme, die ich mit normalen Gaming-Headsets schlicht nicht höre. Speziell in Bezug auf Warzone ist das jetzt die Frage, ob das überhaupt von Vorteil ist bei den sinnlosen und unpassenden Hintergrundgeräuschen des Spiels. Aber Fakt ist, dass eine höhere Detailtiefe durchaus wahrnehmbar sein kann. Da ich aber nicht unbedingt ein Freund davon bin, einen dicken Kopfhörer auf dem Schädel zu haben, besonders im Sommer, teste ich gerade intensiv unterschiedliche IEMs, bei denen die Unterschiede teils noch gravierender sind. Ein Video hierzu wird sicher im Q1 dieses Jahres noch von uns gemacht. Kommen wir jetzt zu einer schon schwierigeren Sache, den Mauspads. Zum einen fangen Mauspads an mich zu langweilen, da alles, was da im Moment kommt, eh das gleiche ist und aus der gleichen Fabrik stammt, nur unter anderem Namen. Grundlegend habe ich für mich festgestellt, dass ich mit H-Pads bzw. sehr schnellen Pads trotz der schwierigeren Kontrolle deutlich besser performe. Das liegt daran, dass meine größte Schwäche unter den großen Schwächen das Tracking ist. Ich aime besser beim Tracking aus dem gesamten Arm als aus dem Handgelenk, weil das war mal gebrochen und schief zusammengewachsen und macht teilweise immer noch Probleme. Aber dieses Tracking aus dem gesamten Arm eben ist nicht günstig auf Stoffpads, weil da eben das weiche Gewebe des Unterarms auf Stoffpads ruckweise hängen bleibt, ihr wisst, was ich meine, mit einem Armsleeve auf einem Hardpad wie dem Skypad oder einem glatten und schnellen Pad wie dem Muqiang 2 eben nicht. Hardpads wiederum unterscheiden sich nicht so stark untereinander wie Stoffpads untereinander, was die Gleitreibung angeht. Das entscheidende an Hardpads ist sowieso bzw. glatten schnellen Pads ist sowieso, dass der Unterschied zwischen Haft und Gleitreibung sehr gering ist im Vergleich zu Stoffpads. Das heißt, man muss immer die gleiche Kraft aufwenden, um die Maus überhaupt in Bewegung zu setzen und sie in Bewegung zu halten. Daher ist das Ganze recht einfach. Meine Favoriten sind das Wuiqiang 2 und das Skypad 2.0. Vorteil des Wuiqiang 2 ist, dass man es rollen und transportieren kann und es nach dem Aufrollen direkt wieder plan auf dem Tisch liegt. Vorteil des Skypad ist schlicht seine vermutlich grenzenlose Haltbarkeit, da es aus Glas besteht. Hoffnung habe ich auch in das Serapad Keen gesetzt, das hat sich aber als totaler Schrott erwiesen. Die durchaus interessante Keramikbeschichtung blättert schon nach wenigen Wochen und geringer Nutzung unregelmäßig ab und sorgt für ein Kratzen und ungleichmäßiges Gleiten der Maus auf dem Pad. Für ein 140€ teures Pad absolut indiskutabel. Würde man mich also zwingen, mich für ein Mauspad zu entscheiden, würde ich mich für das Skypack 2.0 wegen der Haltbarkeit und Optik entscheiden. Müsste ich flexibel sein und wäre viel unterwegs, wäre es das Wuiqiang 2. Bei den Gamingmäusen wird es dann schlicht unmöglich eine Mainmaus zu benennen. Trotz der ständigen Testerei ist mir noch keine Maus unter die Finger gekommen, an der ich zumindest persönlich nichts zu meckern hätte. Eine für mich perfekte Maus hatte ich also noch nicht. Eine möglichst geringe Latenz bei Klicks und Sensortracking ist so ziemlich das Wichtigste und sicher gültig für jeden, der eine Gaming-Maus für sich sucht. Niemand hat einen Vorteil durch eine höhere Latenz, egal ob sie spürbar ist oder nicht. Sie ist trotzdem da und da eine Millisekunde schon über Sieg oder Niederlager entscheiden kann und 10 oder 20 Millisekunden erst recht, gibt es hier keine zwei Meinungen. Je niedriger die Latenz ist, desto besser. Man kann schließlich nicht einfach 10 Millisekunden vorher klicken, um die höhere Latenz auszugleichen. Am liebsten hätte ich aus diesem Grunde also, dass eine Razer Death Adder V3 oder eine Viper V2 Pro meine Main sein könnte. Klappt aber nicht, da es ja noch individuelle Vorlieben gibt und verschiedene Eigenschaften je nach Individuum unterschiedlich gewichtet werden. Wir versuchen in unseren Reviews daher immer so detailliert wie nötig, aber so einfach wie möglich die Unterschiede in den einzelnen Komponenten darzustellen. Bei mir sind halt nach Klicks und Sensor die Seitentasten das Wichtigste, da ich in Ego Shootern Crouch auf einer Seitentaste habe und die Seitentasten daher sehr oft spamme. Bei euch kann das natürlich anders sein. Shape ist mir ebenfalls wichtig, auch wenn es nicht das Wichtigste ist, da man sich an Shape anpassen kann, an eine schlechte Latenz jedoch nicht. Jedenfalls ist mir bei der Death Adder V3 die Sensor Position zu weit hinten und die Viper kann ich nur vernünftig im Fingertipp Grip führen, da sie vorne zu weit auseinander geht und ich sie weit hinten fassen muss, dafür ist sie mir dann aber wieder zu lang, also leider nicht perfekt für mich. Dann wäre da noch die Gamesense MVP, eine der wenigen Mäuse mit richtigen Switches bei den Seitentasten und nah dran eine perfekte Wahl für mich zu sein. Allerdings hat sie inzwischen ein Doppelklick Problem bei einer Seitentaste und ist so gesehen nicht mehr nutzbar. Mit Crouch in einem Ego Shooter hinter einer Kiste in Deckung gehen und direkt wieder aufstehen ist nicht so prickelnd und meist tödlich. Dann ist da die EC3C, ein für mich sehr gut passendes Shape, leider zu kleine und flache Seitentasten mit zu viel Pre-Travel, Kabel und etwas zu schwer. Oder last but not least mein absolut favorisiertes Shape der Rocket Kine 200 bzw. Kine 120 und die fantastische Main Button Konstruktion. Allerdings sind beide zu schwer und die Kine 200 hat eine zu hohe Latenz bei der Funkverbindung. Oder nehmen wir mal aktuelle Beispiele, die neuen China Mäuse Lamsu Atlantis, Ninjutsu Sora, Fantec Aria und Pulsar X2, wobei letztere glaube ich eher Korea ist, weiß ich gerade aber nicht auswendig. Shape der Atlantis würde perfekt passen, obwohl inzwischen gefällt mir die Sora sogar fast besser. Alle mit neuestem 3395 Sensor, aber deutlichen Problemen bei der Einbindung über die Firmware. Wobei ein Idle Delay von 30-40 Millisekunden, wenn die Maus länger als 5 Sekunden in Ruhe war, zwar nur in Grenzbereichen bei Tuck-Shootern vorkommen durfte und die falsche Einbindung von Motion Sync, sodass der SBI nach dem USB-Pol stattfindet, statt wie vorgesehen vorher sicher keine Game Breaker sind, weil sie zum einen sehr selten auftreten, also das Idle Delay und nur eine Verzögerung von unter 1 Millisekunde zufolge haben, wie die falsche Einbindung von MotionLay. Aber, dass die Fehler bis heute nicht behoben wurden, lässt mich etwas an der Kompetenz der Hersteller zweifeln. Ich persönlich habe also nicht so das Vertrauen in diese Firmen, denn wer weiß, was noch für Böcke geschossen würden, die wir bisher noch nicht gemessen oder gar darüber nachgedacht haben. Grundlegend schneiden alle diese Kandidaten allerdings bei unseren Tests sehr gut ab, da wir diese hier beschriebenen Grenzprobleme nicht über unser Punktesystem abbilden können. Gewicht ist extrem niedrig, Verarbeitung trotzdem gut, Sensorpositionen nahezu perfekt, Klicklatenzen könnten besser sein, sind aber noch gut, kosten aber schon deutlich Punkte. Bei der Ninjutsu Zora ist die Verarbeitungsqualität die beste, trotz des niedrigen Gewichts von nur 46 Gramm, hat sehr gute Seitentasten, aber die Klicklatenzen ist am unteren Ende des Durchschnitts. Die Atlantis hat zwar oberflächlich betrachtet sehr gute Seitentasten, die sehr wenig Pre-Travel haben und sehr clicky sind, allerdings hat die hintere sehr viel Post-Travel. Das klingt erst einmal nicht so wichtig, ist es auch nicht unbedingt. Drückt man die Taste allerdings sehr tief rein und lässt sie nicht weit genug raus vor dem nächsten Klick, dann findet einfach kein weiterer Klick statt, da der Switch ja weiterhin aktiviert ist und sich die Tastenbewegung im Post-Travel abspielt. Man kann sich daran gewöhnen, indem man in Stresssituationen nicht verkrampft und die Taste eben nicht zu weit rein drückt, sondern nur leicht drückt, aber es ist halt nicht optimal. Und generell schwebt über allen diesen Mäusen mit mechanischen Switches das Damoklesschwert der Doppelklick Problematik. Aktuellstes Beispiel bei uns die Fantech Aria. Meiner Meinung nach darf es bei einer heutigen Highend Gaming Maus keine mechanischen Switches mehr geben. Ein eventuell besseres Klickgefühl, was immer schlicht Geschmackssache ist, steht in keinem Verhältnis zur objektiv nicht vorhandenen Doppelklick Gefahr in der Zukunft. Die Gefahr von in der Zukunft auftretenden Problemen wird derzeit noch nicht von uns bewertet. Wir werden dies aber mit einfließen lassen, denn wir überarbeiten eh gerade unser Punkte bewährtes System in der Hinsicht, dass es auf einer Plattform gebündelt wird und die Auswertungen automatisiert werden. Das ist einmal sehr viel Arbeit, weil unser Testverfahren über die Zeit gewachsen ist und daher auf unterschiedlichen Systemen stattfindet und teilweise sogar noch von Hand Werte notiert und übertragen werden. Aber für die Zukunft verspricht es dann eine deutliche Zeitersparnis für uns mehr Variabilität bei den grundlegenden Änderungen in der Punktevergabe für einzelne Bereiche und natürlich eine reduzierte Fehlerquote durch Fehler bei der Eingabe. Was könnte denn für mich subjektiv die perfekte Gaming Maus sein? Schön, dass ihr fragt. Die für mich theoretisch perfekte Gaming Maus wäre zum Beispiel eine EC3C mit G703-Like-Seiten-Tasten und neuer Razer-Technik oder schlicht eine Sora mit Razer-Technik. Oder meine Gebete werden erhört und es gibt irgendwann eine Razer Orochi V3 Pro, also eine Orochi mit der neuesten Technik, ohne abnehmbare Oberschale, separate Main-Buttons, wiederaufladbar und unter 55 Gramm. Tja, das wäre was. Aber bis dahin, Booting ist eindeutig mein Main-Keyboard, Kopfhörer der Sennheiser HS800S, Mauspad Skypad 2.0 und gegebenenfalls Wootsiang 2 und bei den Mäusen gibt es eine klare Aussage, es gibt keine. Irgendwas passt immer nicht. In diesem Sinne, Blackstock over and out. Da war's und zwang zu gucken. Das war's und zwang zu 에 uchlagen. Das kann man sich auf der Bulger, schlapp eine Scroll-Eprägeいます. Da sind die Auslan Linien abhä三 chega. Der G204-Sohn bis zum Beispielого . d. Eine brech нат�� Bahn voi. Vielen Dank.